ja hallo und ein recht herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kurzen informationsvideo und zwar geht es heute um den busbetriebssimulator bbs um sie 2 ja wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt gibt es bei mir einen betrieb die öffis und ja wir haben oder wir suchen seit einigen wochentagen fahrer also wir brauchen dringend fahrer oder fahrerin wer von euch lust hat motivation sucht motivation hat einen betrieb noch sucht kann sich gerne bei uns bewerben oder den also unter den öffentlichen betrieben die öffis genau um das kurz abzukürzen wir haben hier eine probezeit steht auch noch mal hier ist es vor haben eine probezeit von dauer also eine probezeit von einer woche die voraussetzung um hier fahrer zu werden sind drei abgeschlossene tour und werde auf 70 prozent das ist machbar wie gesagt eine woche habt ihr dafür zeit das zu machen ihr müsst auch nie die drei touren innerhalb eines tages abschließend sondern innerhalb diesen sieben tagen wenn das natürlich nie erfolgt dann ist natürlich die kündigung die naja was man halt machen muss und das hat man jetzt schon ganz oft dass wir hier fahren unseren betrieb hatten die der meinung waren dem betrieb beizutreten aber nicht zu fahren naja gut das schädigt halt auch unseren ruf und das wollen wir nicht wir sind noch ein sehr frisches unternehmen und brauchen fahrer denen wir auch vertrauen können wir haben auch ein vorpark von zwei hallen momentan die nicht voll sind aber wir haben genug busse und das erst mal zu überbrücken sozusagen und ja zu unserem team die betriebsleitung besteht momentan aus dem sandro dem silberstorm und meiner wenigkeit dem sven genau und wir haben auch ein werkstattleiter der eumel 32 14 genau wir suchen also auch noch die sind 100 jobs zu vergeben und so weiter ansonsten genau ihr könnt euch gerne wie gesagt wir suchen fahrer bewerbt euch unter dem bbs haben sie zwei unter öffentlichen betrieben die öffis wer jetzt nicht weiß wie das logo aussieht das seht ihr bei mir im video als das erste also unter dem bild dann wisst ihr wie das aussieht die öffis gibt es halt auch nur einmal und ja wenn fragen bestehen oder das ähnliche könnt ihr gerne einen kommentar da lassen ansonsten würden wir euch hier herzlich herzlich willkommen heißen in unserem betrieb und ja wie gesagt wenn ihr noch einen betrieb sucht meldet euch bewerbt euch unter öffentlichen betrieben bbs im bbs und der voraussetzung bitte ihr habt auch bbs ne also jetzt nicht verwechseln wenn ihr nur um sie zwei habt funktioniert das nicht ihr braucht den busbetriebssimulator den kann man sich über steam erwerben genau da kann man sich ein profil erstellen dann kann man bei uns beitreten momentan liegt bei uns die beitrittserfahrungsstufe auf der nummer eins das heißt es kann aktuell gerade jeder beitreten also wie gesagt wer einen betrieb sucht ist bei uns herzlich willkommen und wir wurden uns auf jeden fall sehr darüber freuen in diesem sinne danke ich mich erstmal fürs zuschauen fürs anhören und wünsche euch jetzt auch einen schönen restnachmittag bis bald euer svena 18 gaming